Ich möchte nun über Browser-Benachrichtigungen beim Smartphone sprechen, wo diese herkommen und wie man sie auch wieder los wird. Dafür starte ich mal den Google Chrome Browser. Das ist der empfehlenswerte Browser, um auf einem Android-Handy ins Internet zu gehen. Meistens gibt es noch irgendwelche vorinstallierten Browser vom Handyhersteller, wie hier den Samsung-Browser. Aber wir empfehlen den Chrome Browser. Der ist eigentlich am schnellsten, am übersichtlichsten und am besten. Wenn ich hier einmal antippe, dann wird zunächst hier meine Startseite geöffnet. Da gibt es keine Browser-Benachrichtigungen. Jetzt möchte ich allerdings mal eine andere Seite öffnen, bei der ich weiß, dass es dort diese Browser-Benachrichtigungen gibt. Ich tippe also einmal hier oben rein und das habe ich schon mal vorbereitet. Ich gehe mal auf die Seite von PC-Welt und jetzt warten wir kurz. Jetzt werde ich hier gerade gefragt. Auch sowas kann manchmal passieren, ob man zur mobilen Variante wechseln möchte. Denn Internetseiten haben manchmal extra Seiten für das Smartphone, die da extra angepasst sind. Da kann ich mal sagen, okay, dann werden die Inhalte besser dargestellt für mich. Jetzt bin ich hier auf der Startseite und wenn ich jetzt mal kurz warte, da ist auch schon die Nachfrage. Mobil.pcwelt.de, also diese Internetseite hier, möchte Ihnen Benachrichtigungen senden. Und jetzt kann man hier sagen, blockieren oder zulassen. Wenn man da absichtlich oder versehentlich auf zulassen geklickt hat, dann darf in Zukunft die Seite PC-Welt uns Nachrichten senden auf das Handy, auch wenn wir gerade überhaupt nicht die Seite von PC-Welt besuchen. Das ist keine spezielle Erfindung der Seite PC-Welt. Das gibt es mittlerweile bei sehr, sehr vielen Internetseiten. Das kann nützlich sein, wenn man auf dem aktuellen Stand bleiben will bei einer bestimmten Seite. Das kann aber auch sehr nervig sein, wenn man darüber dann ständig Werbung zum Beispiel von manchen Seiten angezeigt wird. Ich tippe hier mal auf Zulassen. Jetzt passiert erstmal gar nichts. Es kann jetzt wie gesagt nur sein, dass wir in Zukunft hier Benachrichtigungen auf das Handy bekommen, auch dann, wenn wir diese Seite hier gar nicht geöffnet haben. Ich zeige Ihnen jetzt im Chrome-Browser, wo man diese Benachrichtigungen bearbeiten kann und wo man die auch wieder löschen kann, wenn Sie da mal versehentlich irgendwo auf Zulassen geklickt haben und jetzt von solchen Nachrichten genervt werden. Dafür gehe ich hier oben auf die drei kleinen Punkte und gehe dann etwas weiter nach unten in die erweiterten Einstellungen. Ich tippe also hier nochmal auf Einstellungen. Jetzt gehe ich hier wieder etwas weiter runter und dann, sehen Sie, gibt es hier den Punkt Benachrichtigungen. Hier tippe ich jetzt einmal an. Da gibt es verschiedene Benachrichtigungen. Es gibt nämlich einmal die App-Benachrichtigungen vom Chrome selbst. Wenn wir etwas weiter runter gehen, dann sehen wir hier unten drunter, da sind die sogenannten Webseite-Benachrichtigungen. Das sind also die Benachrichtigungen, die Internetseiten uns senden dürfen. Und da steht jetzt auch die Seite mobil.pcwelt.de und da stehen sogar dabei, dass da auch Ton wiedergegeben werden darf. Also diese Seite, die kann uns nicht nur Nachrichten schicken, sondern dann auch noch einen Ton auf unserem Handy abspielen. Wenn ich hier mal antippe, dann sehen Sie, dass man das hier noch weiter bearbeiten kann. Dann kommen wir also in die Einstellungen hier für diese spezielle Webseite. Und da kann man jetzt auch wieder hier den Haken umlegen, den Schalter umlegen sozusagen. Dann werden Benachrichtigungen von dieser Seite in Zukunft jetzt also nicht mehr an uns gesendet. Wenn ich hier mal zurückgehe und gehe wieder nach unten, dann sehen Sie, die Seite, die ist jetzt hier zwar noch eingetragen, aber sie ist ausgeschaltet. Hier weiter unten, da gibt es auch noch weitere Einstellungen. Wenn ich da drauf tippe, dann sehen Sie, da gibt es nochmal extra Einstellungen für die Benachrichtigungen. Und da ist erstmal hier der Schalter gesetzt bei Nachfragen, bevor Websites Benachrichtigungen senden dürfen. Das sollte man auf jeden Fall eingeschaltet haben, sonst können die Seiten uns ungefragt Nachrichten senden. Das sollte also auf jeden Fall hier aktiviert sein. Jetzt sehen wir hier unten die Seiten, bei denen es aktuell noch zugelassen ist. Da ist hier standardmäßig Google beim Chrome Browser eingetragen. Und hier unten drunter, da ist die Seite PC-Welt, die wir jetzt gerade blockiert haben. Die kann uns jetzt also keine Nachrichten mehr senden. Wir können auch hier den Eintrag nochmal antippen und können dann hier unten sagen, löschen und zurücksetzen. Dann wird dieser Eintrag hier komplett aus der Liste gelöscht. Und dann gibt es jetzt hier überhaupt keinen Eintrag zu der Seite PC-Welt mehr. Also wenn Sie von Nachrichten einer speziellen Seite genervt werden, weil Sie da irgendwann mal zugestimmt haben, gehen Sie auf die drei kleinen Pünktchen, gehen Sie auf die Einstellungen und dann hier auf die Benachrichtigungen. Dann ganz nach unten und dann können Sie den entsprechenden Eintrag antippen und dann dort den Schalter entweder umlegen, damit der ausgeschaltet wird oder diesen Eintrag, wie Sie es eben gesehen haben, komplett aus der Liste löschen.